Ja, zuerst einmal grosse Freude. Wir haben lang und intensiv an diesem Projekt gearbeitet und dann endlich war es soweit und erst noch mit einem fulminanten Kursstart. Das war fantastisch. Und dann war es natürlich auch eine grosse Erleichterung. Während der ganzen Vorbereitungszeit, etwa ein halbes Jahr lang, standen wir unter enormem Druck. Bis zum Schluss waren wir nicht sicher, ob es wirklich klappen wird. Erst als wir dann sahen, dass unsere neue Aktie 10% über dem Ausgabekurs gehandelt wurde, erst da wussten wir, dass das Projekt ein grosser Erfolg war. Es war unglaublich. Vom ersten Tag an war das Interesse der Investoren überwältigend. Und sehr rasch wurde aus einem Käufermarkt ein Verkäufermarkt. Und die Investoren haben versucht, uns zu überzeugen, dass sie die besten Aktionäre für unsere Firma wären. Mit dem Resultat, dass wir den Preis am Schluss am oberen Ende der Preisspanne festlegen konnten und das Orderbuch auch zu diesem hohen Preis x-fach überzeichnet waren. Die neue Galenica ist ein Dividendentitel, auf die Schweiz fokussiert, mit geringen Risiken. Und unsere neue Aktionärsbasis entspricht exakt diesem Investorenprofil. Sie sind interessiert an Risiken, Marktrisiken, potenziellen Veränderungen im regulatorischen Umfeld, Risiken aus der Digitalisierung, dem Onlinehandel. Wir zeigen Ihnen auf, wie wir diese Risiken einschätzen, wie wir uns auf Veränderungen vorbereiten, wie wir weiter wachsen und uns entwickeln wollen mit Expansion, mit neuen und innovativen Dienstleistungen und Geschäftsmodellen. Das Marktumfeld war weiterhin hervorragend. Zudem konnten wir die umfangreichen Vorbereitungen aus dem IPO eins zu eins nutzen und so den Prozess sehr schlank halten. Es war ein grosser Vorteil, dass wir so kurz nach dem IPO unsere ersten Obligationenanleihen auf den Markt bringen konnten und uns so langfristig zu sehr attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt finanzieren konnten. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2013 VIRDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020